Ja, das sind wir wieder. Gestartet. Sehr gut. Ich greife jetzt einfach mal diesen Braunbär an. Blackbär, den Schwarzbär. Der mir einfach mal nichts gedroppt hat. Sehr schön. NPC Village. Wo? In dem Wald. Der Wald. So, ich hoffe, ich habe ein paar Steine, denn die brauche ich jetzt. Für die Sache, die ich gerade vorhabe. Awesome. Denn jetzt mache ich das, von dem wir mich die letzten zwei Folgen geslabert haben. Oder eine. Na, ich glaube so. Und zwar? Ich hole mir jetzt diese drei Diamanten. An denen ich die ganze Zeit vorbeigefahren bin. NPC Village um. Mach das. Ich weiß nicht, soll ich einen Schwarzbär umhauen? Ich habe es gemacht und es hat verdammt viel Spaß gemacht. So, wo startet der Lavafluss? Ich weiß nicht, soll ich ein paar Ärzte mitnehmen? Nein, gar nicht. Ich sollte noch mal wieder nach Hause gehen. Ja, meine Damen und Herren. Also, ich mache mich dann mal auf die Heimreise. Mach das. Ich komme nach. Oh, ich sehe noch einen Diamant. Ich glaube, ich mache mir gleich erstmal eine Diarrüstung. So, aus den Diamanten, die ich jetzt gerade erfahre. So, und ich merke, ich kann gerade schon wieder nichts mehr aufnehmen. Also, schmeiße ich die Schüsseln weg. Die braucht ja sowieso kein Schwein. Ja, schwebt weit um mich rum. Du hast recht. Ich schwöre, ich mag diesen Brustanisch nicht. Ich bin froh, wenn ich den los bin. Direkt mich richtig auch mit diesem rumfliegen. Der macht mich leicht aggressiv. Ich habe jetzt Bock auf einen Shooter. Weil ich wieder viele Leute abmetzeln kann und dann den Armourkauf planen kann, den ich auf meiner Schule vorhabe. Hier gibt es neue Häuser. Leck. Hier gibt es neue Häuser. Leck. Das klingt leicht falsch, was du davon dir gibst. Nein. Leck. Mit A. Was ist hier bitte alles drin? Das ist ja richtig nice. Ich glaube, hier lassen wir uns zum zweiten Mal nieder, sozusagen. Hier ist schon mal die Spur. Zu der Erde zum dritten. Bestimmt, das ist ein übersäftiges Zeug. Ein Eisenschwert. Ein bisschen Eisen und das Brot. Das Brot. Brot nehme ich mit. Diamanten. Sehr gut. Weiter geht's in Richtung Haus. Home, sweet home. Diamanten. Reicht das schon für eine Rüstung? Ja, das reicht schon fast für eine Rüstung. Ich sehe auch Diamanten, aber ich habe keinen Spielzucker dabei. Ich könnte mir eine Craften. Ich habe ja auch Diamanten im Rucksack, aber... Nee. Nee. Ich muss gleich mal testen, ob die Axt, die ich habe, die Meteoriten-Axt, auch für den Tree Capitator funktioniert. Du musst erst mal schauen, was die für eine Spiele-Eigenschaft hat. Wieso ist hier Wasser in der Decke? Effizienz 2. Gut, sagen wir, der Brustharnisch hat schon einen Vorteil, aber ich finde mehr Nachteile als Vorteile. So, hier ist der Meteoriteneinschlag, der erste. Guck mal, was haben wir denn? Gucken, ob ich noch irgendwo Diamanten entdecken kann. Wir haben zu Hause Knife Blade. Haben wir nicht. Guck mal. Ach, da sehe ich doch tatsächlich noch Diamanten. Nein, und ich stütze ab. Was soll das denn? Was soll das denn, Mama? Gut, mehr Pettern brauchen wir auch nicht. Erst mal wieder runterspringen, weil ich es kann. Oder eben auch nicht, denn ich habe mir anscheinend was gebrochen, so wie das klang. Ich sollte, ich glaube, jetzt echt zum Arzt gehen. Zum Dorfmedic. Boah, ist ja gut. Ich stelle da einen Grabstein auf. Soll die kleinen Kinder abschreiten. Gold, habe ich Gold dabei? Habe ich nicht. Nee. Liest du es? Comet Kitties Incoming. Oh, bitte nur auf uns. Bitte nicht auf unser Schiff. Bitte nicht. Ich sehe keine. Ich auch nicht. Zum Glück. Schlechtes Zeichen. Sehr schlechtes Zeichen. Nö, gut. Dann sind sie woanders. Ja, aber vielleicht sind sie deswegen einfach nur bei unserem Schiff. Also, wenn sie das Schiff getroffen hat, ziehen wir um. Ganz einfach. Finde ich auch. Ist gut, Skelett. Hau ab. Wenn ich hier sterbe, dann nur, weil ich es kann. Da, da, da. Wieso sind hier Fackeln? Wenn hier noch keine Kisten ausgeräumt wurden. In diesem einen Spawner, wo ich hier gerade bin. Also das, wo wir gerade eben vorhin gescheitert sind. Sowas in der Art. Da ist wohl jemand durchgerusht, hat nur kurz die Kisten angeguckt. Hat sich wahrscheinlich das Wertvolle rausgenommen und hat den Rest liegen lassen. So wie man es machen sollte. Fuck, hätte ich die mal zuerst abgebaut, dann wäre diese Spin jetzt nicht da. Wieso habe ich denn die Steinachs mitgenommen, bitte? Ich kann schön hierbleiben. Mit einer Steinachs funktioniert der Trecapitator, ne? Ich sterbe. Versuch's mal nicht, ich bin grad ganz woanders. Ja, ich bin aber in der Nähe von unserem Schiff, also kein Problem. Ja, du bist im Schiff. Ja, ja, jetzt schon. Aber da, wo ich gestorben bin, bin ich in der Nähe von unserem Schiff. Hoffentlich. Ja, bin ich. Jetzt wollte ich grad schon was Falsches sagen, aber nicht. Jetzt nicht. Also ich suche einen Kometenkrater. Der hat ein einstehendes Village, also ein einstehendes Villagerhaus getroffen. Stimmt, das könnte ich mal gucken. Also unser Schiff scheint es nicht getroffen zu haben. Der Kitty-Kometen-Angriff. Wie gemein. Also ich find das gut. Nein, hier wurde ein Villagehaus so richtig schön warm erwischt. Oh, so ein Achen. Voll gemein. Jetzt hab ich ja richtig krass ein Schiff. Den Villager gibt's nicht mehr. Ich hab nur noch einen verbrannten Schädel gefunden. Ich kann dir nachher zeigen. Okay. Aber bitte ganz vorsichtig, ich glaube, ich komme zu was nicht so gut zurecht. Jetzt muss ich mir schnell mal eine Tierspitzhacke wieder organisieren, weil ansonsten hab ich keine... Ach, da steht ein Zombie mit meinem Brustharnisch. Mit meinem Brustharnisch, aber ganz schön. Ja, manchmal wirst du zum Zombie. Ich glaube, wenn du von Zombie gekillt wirst, wirst du auch zum Zombie irgendwie sowas. Nein, Zombies können einfach deine Sachen aufnehmen, so ist das. Und das schon relativ lange. So rum. Und da ist Server lagged und das gefällt mir gar nicht, vor allem nicht im Kampf. Irgendwo kommt ihr denn alle her? Was seid ihr denn für Jumper? Jetzt darf ich hier viel Zombies im Faustkampf niedermachen. Wäre ja kein Problem, wenn ich das so einfach könnte, aber macht ne Fackeln. Oh, geil. Stumpf, wo hab ich das denn jetzt her? Bin ich gut. Leute, ich stand gerade einfach irgendwo und auf einmal hab ich mein Zeug wiedergekriegt. Cave Spiders. Unten oder oben? Oben. Ob ich jetzt gerade bin. Und ein Zombies. Ich sterbe wieder. Oder auch nicht. Ob davon hat mir die Cave Spiders folgen. Oh, Junge, ich muss abbauen. Nein. Scheiße. Und ausgerechnet da. Weißt du, da springe ich in ein Meer rein. Und ausgerechnet da ist Eis. Wie unfair. Folge zu Ende. Also verabschieden wir uns mit einem Tschö. Bis zum nächsten Mal.